»Tierblut sättigt mich nicht«, antwortete Marjorie ihr beschämt. »Kannst du mir bitte aufhelfen?« »Weißt du mich dann?« konterte Rosalie provozierend, ohne sich von der Stelle zu rühren. Marjorie wusste nicht, ob die Frage ernst gemeint war. Generell fiel es ihr schwer, ihre Schwester einzuschätzen. Sie hatte sie zwar gerettet, dennoch verhielt sie sich distanziert, wenn nicht sogar etwas herablassend. Es kam ihr beinahe vor, als wäre Rosalie aus irgendeinem Grund wütend auf sie. »Nein«, antwortete sie ihr bestimmt. »Ich habe mich unter Kontrolle.« Rosalie hob spöttisch ihre Augenbrauen. »War der Tod von Marie-Hassenflug dann etwa kein Versehen, sondern Absicht?« Marjorie lief es eiskalt den Rücken hinunter. Wusste Rosalie davon aus den Grimm-Chroniken? Wer wusste es noch? Joe? Hatte er sie deshalb so abweisend behandelt? Sie konnte keine der Fragen stellen, denn in dem Moment hörte sie andere Stimmen und kurz darauf entdeckten sie Will, Amber, Joe, Simonia und Jakob, der Lawina in seinen Armen trug, die in die Plane eingehüllt war. Nur Arian fehlte. Rosalie winkte ihnen zu. »Hier sind wir!« rief sie laut. Eine Antwort auf ihre Frage schien sie nicht zu erwarten. Marjorie hätte es ihr gern erklärt, auch wenn sich ihre Schwester anscheinend bereits eine Meinung über sie gebildet hatte. Würde es ihr je gelingen, diese zu revidieren? »Was ist denn hier passiert?« stieß Amber bestürzt aus, als sie die Tierkadaver sah. Einer der Wölfe war geköpft worden und ein anderer lag in zwei Hälften auf dem Boden. »Ich bin in eine Falle getreten«, erwiderte Marjorie kläglich. »Die Wölfe hätten mich getötet, wenn Rosalie nicht gewesen wäre.« Dankbar lächelte sie ihre Schwester an, die davon nichts mitbekam, weil sie Joe umarmte. »Ha!« machte dieser darauf hin und strahlte triumphierend in die Runde. »Ich habe euch doch gesagt, dass Rosalie eine der Guten ist!« Er grinste sie bewundernd an. »Sie ist eine Heldin!« Das blonde Mädchen erwiderte sein Lächeln. »Ein paar Wölfe sind doch keine Herausforderung!« »Nochmal brauchst du dich dennoch nicht einsperren zu lassen!« »Hierktau!« »Hierktau!« »Hierktau!